Ich bin wieder gesund. Letzte Woche war ich krank. Ben ist 30 Jahre alt. Martin ist 35 Jahre alt. Martin ist älter als Ben. Jedes Wochenende mache ich einen Ausflug mit meinen Freunden. Letztes Wochenende sind wir in den Bergen gefahren. Oma und Opa sind sehr lieb. Sie heißen Ingrid und Fritz. Ich habe ein altes Auto. Es ist langsam, aber ich liebe es. Mein Kühlschrank ist voll. Gestern habe ich eingekauft. Das Ehepaar liebt sich immer noch. Du bist eine Kühlschrank. További jó tanulást kívánok. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornára. Legyen szép napod!